Hallo und willkommen bei Action Replay, unserer Expertenanalyse der Avengers-Einsätze. Wir sind hier und führen euch Schritt für Schritt durch die Action. Und ob wir das tun? Heute stoßen alte Freunde als erbitterte Gegner in einem harten Kampf aufeinander. Captain America, Symbol für Führung, Stärke und taktischen Scharfsinn, tritt an gegen Bucky Barnes, auch bekannt als der Winter Soldier. Die beiden sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Einer wurde zum Helden gemacht, während der andere zum Schurken geformt wurde. Wer gewinnt den Kampf der Freunde, die zu Feinden wurden? Halt still! Das letzte Mal, als wir über den Atlantik geflogen sind, habe ich ein langes Eisbad genommen. Ich hoffe, das hier verläuft besser. Bucky! Und los geht's. Eine der bittersten Rivalitäten im Marvel-Universum. Freund gegen Freund gegen eine Rakete. Cap zeigt uns seine berühmten Fähigkeiten mit dem Schild. Ja, Bucky fällt ihm direkt mit der Tür ins Haus. Bucky, hör sofort auf damit! Für ihn würdest du alles riskieren? Weißt du noch, was er getan hat? Mehr als du ahnst. Ich glaube, mein Essen kommt wieder hoch. Jetzt sollte man vielleicht besser wegsehen. Ist Hikes Gesicht grüner als sonst? Ich fürchte, der Zorn von 30 Hummer-Tacos geht dir gleich durch den Kopf. Man hat immer eine Wahl. Wenn du das hier tust, vollendest du nur, was Gull angefangen hat, dich zu einem Schurken zu machen. Das ist ein sehr kompliziertes Manöver. Achtet auf Bucky's Abgang. Die Rotation erfolgt im Uhrzeigersinn. Und wird er die Landung schaffen? Auf Cap? Er schafft sie! Du hast keine Ahnung. Du wurdest zu einem Helden gemacht. Und ich zu einem Monster. Du musst endlich loslassen. Unsere Vergangenheit darf nicht unsere Gegenwart vergiften. Nein! Diese Rakete wird in 27 Sekunden einschlagen. Du solltest jetzt auch loslassen. Bucky! Hey Cap! Guter Zeitpunkt für eine Partneraktion, oder? Halt dich fest! In diesem Wettbewerb Freund gegen Freund gegen Rakete landet die Rakete auf jeden Fall auf dem letzten Platz. Danke, Partner. Superheld zu sein ist viel Arbeit, aber zum Glück kann sich Cap auf Vulcan und den Rest der Avengers verlassen, wenn er sie braucht. Bis zum nächsten Mal bei... Action Replay! Nachts Nczasend Vielen Dank.